Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Departed mit dem Snaker, der da unten ist. Hallo! Meine Wohnung wurde weggesprengt. Ja, uns ist da nämlich was im letzten Part passiert. Schaut da auf jeden Fall nochmal kurz ein. So am Ende. Ei, ei, ei. Es hat meine Wohnung ein bisschen gesprengt. Ja, du wolltest aber sowieso renovieren. Nein, ich wollte eigentlich schon alles für zusammenbauen jetzt. Das werde ich jetzt auch erst mal machen. Aber schau dir mal das Wesen noch an, ey. Warte mal. Ei, 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 ei. So, ähm. Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich das sogar hier noch rein. So, ich glaube, hier müsste mein Eingang zur... Ne. Ey, hast du denn gehofft, das wegzumachen? Ich bin gerade reingefallen. Ich muss gerade gucken, wo es wieder bei mir in die Höhle ging, damit ich hier was bauen kann. So, da. Dann muss der da hin. Und da. Dann muss der da hin. Zum Glück haben wir jetzt aber erst mal Ruhe. Ja, außer, dass ich jetzt eine ganze Wohnung neu bauen kann. Aber im Vergleich zur letzter Folge? Das ist dann doch schon... Ziehen wir erst mal wieder am Boden rein. Ja. Wie gut, dass ich von vornherein nicht rausgegangen bin, ey. Wir wären so tot gewesen und hätten kläglich versucht, an die Sache ranzukommen. Ja, vor allen Dingen ist meine halbe Kiste mit weggesprengt worden. Immerhin, der Tier lebt noch. Ja, toll. Immerhin etwas. Ähm. Scheibengleister, das ganze Eisen. Nein. Ein bisschen Eisen hat man nämlich bei mir abgelegt. Ich habe noch drei Engelze. Meine Tür hat es auch erwischt. Die hat es ja als erstes weggefetzt. Aber wenigstens ist mein gebratenes Schweinefleisch noch da. Was esse ich jetzt auch direkt, sonst bin ich nämlich gleich tot. Ich habe noch sechs Eisen im Inventar, als ich gerade. Oh, sehr gut. Immerhin etwas. Muss nur geschmolzen werden. Ach, macht nichts. Dafür haben wir ja die Schmelze. Das brauche ich, das brauche ich. Würdest du mir dann mal eine Spitzhacke, nicht eine Spitzhacke, eine Axt geben, bitte? Ja, klar. Dann bin ich in Sasquatch bei dir vor der Tür. Den mache ich fertig, pass auf. Oh, der hat den ersten Hit gelandet. Hier wohnt Loildrop. Bitteschön. Danke. Bei mir steht nicht hier wohnt Snaker, sondern Essen. Das war wohl Lyre, nicht ich. Was hältst du eigentlich von der Idee, dass jeder Gast, der hier dann auftaucht, den wir einladen auf den Server, dass die dann eine Butze hier hinbauen und sich somit dann hier in dem Projekt mit verewigen? Keine schlechte Idee. Mein Bruder wollte vielleicht das nächste Mal mitmachen, wenn er Zeit hat. Ja, klar. Wenn du auch lustig drauf bist. Das ist mein Bruder. Ja, gut. Meine Schwester ist aber auch nicht so drauf wie ich. Wenn du denkst, ich bin schlimm, dann hast du meinen Bruder noch nicht erlebt. Du bist überhaupt nicht schlimm. Hast du vielleicht noch Tin? Zinn, meinst du? Tin. Tin or. Auf Englisch. Ist doch Zinn. Ja? Ne, sieht nicht so aus. Ich hab Zinn-Bäre. Aber normalen Zinn kann ich dir gerade nicht anbieten. Schade. Was haben wir denn hier? Silberholzstamm. Das ist doch der, den ich hatte, oder? Silberwood. Ja. Dann hab ich einen neuen gefunden. Ich baue den hier mal ab. Jo. Und das Ganze hatte ich ja auch. Hab ich ja auch verloren. Juleeco. Böse Creeper. Creeponia reinstorn. Oh nein. Bei dem Modpack gibt es ja verschiedene Dimensionen, ne? Mhm. Und ich glaub, eine davon ist Creeponia. Ich hoffe nicht. Da geh ich nicht hin. Wir werden auf jeden Fall mal, wenn wir sehr gut ausgerüstet sind, äh, da mal einen Besuch abstatten. Ich hab gerade, ach, Eichensetzling war es, schade. Ich hab gedacht, ich hab so'n, äh, Dingsetzling bekommen. Aber dem war nicht so. Haben wir hier noch irgendwo Assassine? Ich glaube, die haben mit dem Creeper den Notausgang gewählt. Meinst du? Meinst du? Äh, ja. Hallo Sasquatch, du siehst mich nicht, ich seh' dich auch nicht. Wie ist das? Bist du da auch für? Ich glaube, eher weniger. Oh doch, er hat bis jetzt kein Wielerwort geleistet. Wo denn? Oh ne, ich hab noch sie, ja. Geh mal kurz auf Seite, bitte. So. Eieieieieieiieiiei. Oh man, sind wir schlecht in Minecraft. Wieso? Nur weil wir mit 12.000 Creepern gearbeitet haben? 12? Ja, war mindestens 13.000. Meine Betal ist voll. Ähm... haben wir eigentlich Papier? Weiß ich nicht. Ich esse jetzt erst mal eine Muskatnuss, Herne Müller. Oh Gott, nicht viel gebracht. Wir haben Bücher. Wir haben Create a Book. Nein. Aber Hauptsache der Apfelbaum, der jetzt keine Äpfel mehr trägt vor meiner Tür, den hat es überlebt. Oh, Ends! Hasen. Ein paar davon habe ich ja schon vergiftet. Okay. So, der eine End hat es nicht mehr gesprägt. Geschafft. Bei dem Essenz, oh. Ei, 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 ei. Moment, ich mach mal kurz den Boden hier wieder rein. Ei, 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 ei. Ja, übrigens, die Axt lebt noch so gerade. Also gerade? Ja, ich hab viel abgebaut. Aber ein Vorteil hat das Ganze. Was denn? Du hast jetzt einen Keller. Ja, toll. Du brauchst auch nicht mehr ausheben. So, der Boden ist wieder drin. Na gut. Ich hab jetzt einen Keller. Super. Ich hab Bronze? Jetzt Bronze vielleicht. Warte. Ich kenn mich leider noch nicht ganz so gut aus mit Tinkers Construct. Deswegen probier ich das jetzt auch noch ein bisschen weiter auf. Nee, das hol ich eigentlich nicht. Ich hätt zwar renovieren müssen, weil ich beim letzten Mal auf Versehen die Bude fast abgefackelt habe. Was heißt die Abo? Das wäre weniger Arbeit gewesen. Ach. Um einiges weniger Arbeit. Hallo, Hühnchen. Hallo, Hühnchen. Ja. Ja, tschau, tschau. Ja, ist schon tot. Ach, sehr gut. Wir nehmen etwas, was wir momentan kriegen. Ja, ich mach grad mein Dach wieder drauf. Wenn wir alles aus kompletter Prong zu machen, einmal hinlegen. Moment. Aber ich hab schon wieder... Ey, die Betten sind noch da. Ja, geil. Die Betten haben wir überlebt. Und das Gäste-Bett habe ich in der Tasche. Oh, oh, ich seh wieder Creeper auf der Map. Die kannst du behalten. Ich bin erstmal mit Renovieren beschäftigt. Alter Schwede. Hör auf zu grunzen da draußen. Keiner zu Hause. Super. Ich muss noch einen Eichenbaum abholzen. Wo ist denn der Creeper? Ach, da hinten. Oh, hoffentlich hält die Axt so lange aus. Vorsicht hinter dir. Hinter mir gilt nicht. Aua, aua, aua. Hab ich. Da hab ich gerade gesagt, hinter mir gilt's nicht. So, dich hat noch so einen Kobold angewürfen. Ja, ich hab's gespürt. So. Ich glaub, wir bauen hier auf Screen alles weiterhin auf. Nein, ich baue das jetzt hier. Uua! Ich glaube, ich... Kannst du den Stern nehmen und das zubauen? Ich glaube, ich hab den Creeper gefunden, den du gesucht hast. Den hab ich nicht gesucht. Ich glaub, das musst du zubauen. Oh, ja. Ich hoffe, die Axt hält das noch aus. Ja, dazu brauch ich gar nicht eine neue. Ich werde auch dafür, äh, jetzt auch, äh, sorgen, dass wir, äh, jetzt mal bessere Hämmer dann auch noch kriegen. Na? Es ist Hämmer-Time. Ja, die, äh, die Axt hat's nicht komplett überlebt. Na, schade. Hast du noch eine? Nein. Ich hab nur eine Picke. Weil, jetzt haben wir hier so einen halben Baum. Obwohl, der hängt mit den anderen Bäumen zusammen. Ist egal. Oh, warte. Oh, Mann. Okay, das steht schon mal wieder. Immerhin etwas. Genau, immerhin etwas ist wieder ganz. Oh, ja, 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 ja. So, jetzt machen wir das Dach fertig. Ich hab jetzt Bronze-Hämmer. Der kann dann wenigstens, äh, Iron abbauen. So, da, 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 Iron durability. Ah, ich hab doch genug Erde im Winter gehabt, nicht gerade. Was sagt denn bitteschön Effective Durability hier? Äh, keine Ahnung. Hm. So. Ich weiß jetzt ganz ehrlich gerade nicht, was ich machen soll. Warte, hab ich vielleicht noch Dirt? Ich baue das erst mal dazu. Also, das... Äh, ich hab wieder ein Dach. Äh, sehr gut. Und eine Wand. Ich hab zwar noch keine Türe, aber die kommt jetzt auch. Irgendwie rauscht du gerade tierisch im Hintergrund. Ich rausche? Warum das denn? Keine Ahnung. Oh, scheiße. Ich hab fast vergessen. Darum fehlt nur ein Holzblock. Ein Holzblock? Ja. Was war vorher? Ein Holzblock? Hm, hm. Doch, ich hab das umgebaut gehabt. Das war vorher auch schon ein Holzblock. Ach so. Äh? Ja, ich mach das jetzt kurz, warte. Selbstwert. Du lässt mich bitte da hinten jetzt... Bitte in Ruhe, ja? Ich muss jetzt... Erstmal baue ich jetzt auch eine zweite Kiste, damit ich endlich wieder was Platz habe, ey. Kann ja nicht angehen. Bin grad, um wieder zu doof, eine Kiste zu bauen. Aber hey, ein Vorteil hat das Ganze jetzt im Hintergrund, ne? Dank der vollen Eisenrüstung sind wir nicht direkt bei der allerersten Explosion in die Luft gegangen. Ja. Und ihr hattet sogar noch überlebt. Als wenn das kein Vorteil ist. Ach so, soll ich das Eisenerz übrigens mal in die Schmelze werfen? Jo. Mach ich jetzt Sekunde. Ähm, das brauche ich wieder. So. Buh, bada, bada, baa. Boah, ey, nee. Die Creeper waren auf jeden Fall, äh. Ja. Von der knallharten Sorte. Aber hallo. Aber ich hätte nie gedacht, dass das Modpack echt so hart ist. Ja, jetzt weißt du's. Jetzt weiß ich es. So, meine beiden Öfen sind jetzt auch wieder da. Sehr gut. Ich hab auch schon soweit alles abgepuppelt. Ich glaube, ich werde, ähm, das mit Thema Mob-Greefing echt ausmachen. Damit sowas definitiv nicht nochmal passiert. Ach so, dass uns so viele Creeper um die Ohren fliegen. Mitunter. Aber wobei, eigentlich macht das ja diesen Nervenkitzel mitunter aus, ne? Ja. Oh, warte, das Eisenerz packe ich jetzt noch in die Schmelze. Vorsicht, da hinten sind Kobolde, die sehen dich jetzt schon. Die können mir mal den Buckel runterrutschen. Wie geht? So. Entschuldigung, wenn Sie sich beleidigt fühlen. Äh, ja. Gut. Es ist aber auch schon wieder an der Zeit, ne? Ah, der Baum fällt noch. Ach komm, weil du es bist, weil ich dein Haus gesprengt hab. Genau, weil du mein Haus gesprengt hast. Es ist immerhin meine Schuld, dass die Creeper reinkamen. Genau. Oh, Mann. Ey, ouch. Wieder Kobold. Aber das war es dann trotzdem erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oben dalassen. Schaut beim Snaker vorbei. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Hier bei Minecraft Departed. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Tschüss. Ah, es ist fertig. Tschüss.